Macht einen riesigen Applaus für Thorsten! Thorsten! Ja, vielen Dank. Ich habe tatsächlich einen Text über... Ihr lacht schon früher. Ich habe tatsächlich einen Text über Hannover geschrieben. Er ist nicht ganz so lang wie der zuletzt gehörte Text von Klaus Urban. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, zu dem Thema ist mir einfach nicht genug eingefroren. Die meisten Menschen, die in Hannover waren, sind da am Bahnhof mit dem Zug durchgefahren. Und sahen darum Industrie und graue Fassade. Doch sahen sie nie die Maschsee-Promenade. So ist es kein Wunder, wenn man sagt, Hannover sei schön, dass die meisten Menschen nur Bahnhof verstehen. Doch berichten die eingeweihten Gelehrten von Parks und berühmten Gärten, die jährlich Touristen in Klassen anziehen. Daran könne man sehen, Hannover sei grün. Eine grüne Oase, trotz aller Kritik. Vielleicht nicht so sehr in der Politik. Denn von dort kommen kaum zu verzeihen Schröder und Wulf und von der Leyen. Und so manch anderer richtig doofer. Man findet ganz schnell das H in Hannover. Hannover ist Metropole, ist Hauptstadt und steht damit glatt auf einem Blatt mit Hamburg, München. Oder Berlin. Obwohl die meisten sogleich eher doch den Vergleich zu Saarbrücken und Wiesbaden. Denn trotz der Expo, Hannovers Bild in der Welt ist ein dummer August, der gegen ein Zelt pisst. Eine Stadt nicht von Adel, von schlichtem Gemüt. Denn die Welfen, die helfen nicht zu edlem Geblüt. In ihrem Gestüt nur ein Prinz Pi, ein ganz Profaner. So kennt die Welt nicht Hannover, sondern nur Hannoveraner. Wäre die Stadt eine Party, dann wäre sie der Hangover. Man findet ganz schnell das H in Hannover. Die nächste Strophe geht schnell, denn sie behandelt die Stadt kulturell. Kulinarisch gibt's hier nicht mal guten Döner, musikalisch nur Skorpions und verdammte Axt Lena. Über Fury berichtet nicht mal mehr die Hatz und die wahren Rocker, die hocken am Steintorplatz. Das kulturelle Gewicht beträgt kaum eine Unze. Der größte Dichter der Stadt ist Tobias Kunze. Luther und Goethe gibt es hier nur als Schule. Diese Stadt ist wahrlich kein Mecker für Schwule. Denn Schöngeister lassen sich hier niemals nieder. So sind die größten Schwulen auch drei warme Brüder. Um die Stadt machte der einst einen Bogen, Casanova. Man findet ganz schnell das H in Hannover. Hannover hat eben kein Leben, kein Lebensgefühl. Ist nur ein Gewinn als Reiseziel für ein Auswärtsspiel. Und einmal im Jahr reist man an den Stadtrand. Weil dort bislang immer die CeBIT stattfand. Zwei Wochen Hightech und Spaß. Danach ist Game Over. Man findet ganz schnell das H in Hannover. Hannover hatte zu viele Autos, zu wenig Parklücken. Drum hängt man dort Autos von unten an Brücken. In Hannover kann man Harry und Linden ersaufen. Denn woanders lässt sich das Zeug nicht verkaufen. Ein Besuch in der Stadt scheint nur insofern zu lohnen, dass man hinterher froh ist, hier nicht zu bleiben. Und wenn man hier wohnt, bleibt man besser daheim auf dem Sofa. Man findet ganz schnell das H in Hannover. Und trotzdem sind viele dort wohnen geblieben. Denn auch für Hannover gilt, man muss es halt lieben. Denn jede Stadt hat so ihre Macken. Auch zu Hause bei uns gibt's ne Menge Spacken. Und irgendwo, da strandet man eben. Und was man da findet, das nennt man halt Leben. Und dann führt seine Frau an der Leine. Und dann spricht ne Bluva. Man findet ganz schnell das H in Hannover. Vielen Dank.